Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen was über die Fahrzeuge wissen, die hier gezeigt wurden. Jetzt fahren sie gerade los, nämlich die neuen wendigen und geländegängigen Quads. Denn dorthin, wo andere Feuerwehrfahrzeuge nicht vordringen können, haben diese Kleinstlöschtfahrzeuge ihr Einsatzgebiet. Und natürlich auch noch dahinter der neue große Rosenbauer AT, bei dem der Name seit über 20 Jahren Programm ist. Denn AT steht für Advanced Technology und die zukunftsweisende Technologie, die ist es auch, die diesen AT zum Klassiker im kommunalen Einsatz macht. Und natürlich Tata, das Highlight dieser Messe, der Rosenbauer Panther, der muss wahrscheinlich nicht vorgestellt werden. Aber er steht wie kein anderer für leistungsstarke Performance und wie man sieht visionäres Design. In der Version 4x4 oder auch 6x6 bietet er den Einsatzkräften noch mehr Sicherheit, Bedienkomfort und Löschleistung. Und auch den kann man natürlich in Halle 27 ganz in Ruhe anschauen. Und wer ihn sogar mit nach Hause nehmen möchte, im Fanshop der Firma Rosenbauer in Halle 27, kann man ihn im Maßstab 1 zu 43 auch noch erstehen. Aber genauso einzigartig wie der Panther ist auch die Drehleiter L32A-XS. Sie kann auf engstem Raum arbeiten, wobei der notwendige Bewegungsspielraum bei dieser L32A-XS noch einmal deutlich verringert werden konnte. Das war das Signal nochmal für einen tosenden Applaus bitte für diese Wahnsinnsshow von Rosenbauer. Anschauen.